Wir sind vom Tuning-Virus infiziert, durchgeknallt und Öl verschmiert, sind von Autos fasziniert. So, dann machen wir kurz Pause, Gasteinladung aus, dann kann ich auch mal Pipi gehen. Warte, Pipi auf Toilette! Ach nee! Und gib es doch nicht besetzt! Immer wenn ich Pinte, Pipi, Pipi, Pipi wird. Da ist der Fischstäbchen, ist das noch da? Fischstäbchen, das ist der Fischstäbchen! Oh Mann! Dacht mir Bescheid, wenn ihr startbereit seid! Bescheid! Bescheid! Ladies and Bali People, willkommen zu 5 Euro Challenge! Nadja hat die Zeit vorgelegt! Beste Fall ist jetzt 7 Minuten 32,503! Fischstoße ist mit dabei! Zuby ist mit dabei! Ich am Start! Ich versuche die Zeit von Nadja zu knacken! Ab geht die Pony! Wuhuu! Warte, Pipi, 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 Pipi! Ich glaube, die DJ ist wieder auf, Alter! Tobi! Ich glaub's nicht! Alle sind weg! Ich glaub's nicht! Ich glaub's nicht! Sag mal los! Sag mal los! Wow! Tobi! Das kriegst du wieder, mein Freund! Hektar! Was? Mach nix! Ahhhh! Hilfe! Wo will ich gehen? Nein, der spielt auf mich! Wo seid ihr? Ich bin unten! Ich bin unten! Ich bin oben! Wie kannst du unten? Ah, ich bin gerade von Basta! Ich seh überhaupt nichts! Oh, das ist gut! Ich darf von Basta! Oh, wie viel hoch! Ich hab' mit einer Staten hier! Hahaha! Dann muss ich aber Gas geben hier! Sonst verlier ich gleich an der! Das geht aber gar nix! Ey, Angst da! Ich hab drei Starts geachsen! Obwohl, wenn ich jetzt verliere, bräuchte ich ja ein Renn mehr bauen! Das ist die Porto und schöne Chaser! Ne? Für Autos! In die Kur! Ja, schreibt mal in die Kommentare! Soll ich verlieren? Ach, nee geht ja gar nicht! Wir sind zu spät! Schreibt mal in die Kommentare! Soll Brüdi ein C&E-Compact starten oder nicht? Hahaha! Ach, Arsch! Tobi, schreibt mal in die Kommentare! Soll ich nicht mehr weitere Rennen bauen? Ich würd's auch gerne wissen, ob der Brüdi C&E-Compact neu starte, im Zugewehen. Wieder kommt! Ich hab's schon angeschränkt! Wir fahren heute! Wir sind jetzt ein bisschen am Vorproduzieren hier! Ja, wir fahren schon weiter! Ich glaub drei Stunden quasi schon die Euro-Challenge hier! Ja, dann krieg ich ja erst mal in den Sema-Player drauf! Dann sind wir mit dem Zugewehen, oder was? Wenn ihr diese Rennen ausfahren wollt, könnt ihr entweder mal hier machen oder ladet ihr einfach auf die Social Club bei Rockstar runter! mit deinem Weg! Ich hab nicht mehr drauf! Oh nein, verdammt без kein Ab IFked! Jetzt komm ich raus! Hihihi! Danke! Danke! Ich werde drinnen. H Això! Ich will gerne wissen, was die participation des Instrums Ich fahr so langsam, du hast gerne schlupst, da war ich schneller, da war ich nicht drüben gewesen. Ich weiß gar nicht, warum ich heute Gäste dabei hab. Ich fahr jedes Rennen hier alleine. Ne, mit Brotten ist auch schon gefahren. Ja, der war auch bei mir, hier nicht. Ha 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 ha. Oh, die kann ich sehen! Oh, you ready to fight! Woohoo! Willkommen zu den Urheisen ab! Ich bin sehr aus, die eingeschaltet haben. Obwohl wir uns gerade einzubauen! Oh, you ready to fight! und ich gehe noch in die fahrzehnte und ich gehe noch in die fahrzehnte der brüder könnte sich eine zusammenliege aufbauen und kaffee trinken und wir würden den kopf nicht trinken jetzt trinken wir gleich Bier wenn ich abziehe mich und Dampf nicht vergessen ja lieber ein Bier trinken kein Dampf ist süß ja 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 wow wow oh diese Mix in den Dreh in den Dreh in den Dreh in den Dreh nicht mehr in den Mix sondern in den Dreh die rassen abdrehen leck da die Städte vom Pferde die blöde Kuh ja extrem razing hier warte mach ja komm mal lass es mal hier mach ja komm mal lass es mal hier mach ja 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 ich gehe mal ich gehe blitz ich gehe komplett blitz mein Frau mir keine Schweiß danach war einer Filme ich gehe blitz ich gehe echt blitz ich gehe echt blitz und auf einmal bleibt ihr alles stehen Oh, wo bin ich? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich tue. Ich weiß nicht, ich laufe mir immer an. Du musst reindrücken. Ich sehe nicht, als ich bin auf der Karte. Nein! Da hinten bist du. Affentäter. Affentäter, nicht Affentäter. Der ist ein Fummeltäter, genau. Da muss ich leider ein Schnitt machen hier. Da hat mich fertig gehackt. Ja, schau nicht. Ja, okay, du bist hackt. Ja, Winik, ich muss hier blind fahren. Die steht direkt vor der Gutsche hier. Alter, ich seh nix. Wo bist du? Ich flieg mal das. Ziel, trotzdem gewonnen. Trotzdem, obwohl ich blind gefahren bin. Die letzten drei Minuten. Warn, ich wollte dich auch mal. Ihr habt mich fast aufgereift, ja. Blind, Leute, blind. Blind. Ist egal, trotzdem blind noch gewonnen. Also wir brauchen nicht mehr fahren. Ihr habt eh keine Chance mehr gegen mich. Ja, voll geil. Das war mal anderes Autofahren. Da steht da einfach so ein Mädel vorm Fernseher. Ja, schön. Hat mir gefallen. Ich hoffe euch auch. Tschüss. Tschüss, tschüss. 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 Vielen Dank.